so das war der vodcast das gute genossen noch nie und vielleicht den t70 auch scheiße was 70 17 kommt er darauf vielleicht spielt er noch nicht so lange erst irgendwie fünf verschiedene kartentypen gesehen ich war den t70 nachfolger vom t60 ganz klar bin ich auch erst vor kurzem gefahren also den t60 meine ich jetzt und ich finde das gut wenn t60 da hat irgendjemand als da gab es so viele videos wo die typen sagt der schlechteste panzer und ich habe mich gefragt wie kommen die darauf dass der der schlechteste panzer überhaupt sein soll im spiel mit 60 ist doch eigentlich relativ gut gut hat eine recht hohe nachladezeit dafür dass man auch so schnell seine munition verschossen hat dann aber nicht so ein problem mit dem fahrzeug und genau so ist das hier wo der ist natürlich ein bisschen anders kaliber hier aber hatten anders kaliber werden sich schneller nach den t70 ja jetzt nicht nicht so gut mit dem t60 vergleichen kann ich weiß gar nicht genau was hier laber wahrscheinlich nur weil ich nicht weiß wo ich hin soll was ich machen soll dann sieht es ziemlich faul aus ich kann ich schießt die blöde hier ja deckung geben würde ja gern machen mein bruder aber was sind das für mich sozial ist wo wir das nix naja artillerie ist ja immerhin frei schicken wir die halt raus komm jetzt da da komm das fahrer richtschütze komm ich es 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 muss mehr sein ich bin so besorgt vom vodka hier so jetzt muss es aber klappen hier offensichtlich falsche munition und der weg zum reparieren sollte ich hochfahren ist manchmal echt schwierig wenn ich so zerschossen werden ich will ja wirklich helfen aber wenn ich mich wenn ich auch da oben oben hochfahre nur um ihn bei der reparatur zu unterstützen ist er weg außerdem hat der hier verdammtes sturm geschützt ich will mir echt nichts anfangen jetzt hier nicht gleich am anfang zumindest ich habe gar nicht mitbekommen dass er zerschossen wurde das ist nämlich das davon habe ich gerade besprochen das war einfach ein schuss ins blaue nicht getroffen alter ist er wirklich knifflig immer so zusammengefärscht hier mit dem gegenüber hier und kein lv t die haben nicht echt schon die haben schon gesehen man bräuchte hier das wäre gut das müsste ich mal irgendwie vorschlagen sowie bei alter alter wer die eigentlich ins hirn geschüssen dieser man bräuchte so indikator wo man sieht dass man entdeckt wurde wo halt so einfach steht ja wie wollte warships versteht entdeckt dann vielleicht farblich so grün dass man zwar gesehen wurde aber noch außer reichweite ist und und dann vielleicht orangefarben und rot dass man wirklich schussreichweite das wäre cool wenn ihr so indikator wäre aber muss nicht zwingend sein ich meine die kommen auch so irgendwie klar wie soll ich nie getroffen was ist da weg hier alter ok das ist ein panzer 4 hält sowieso nicht in der auto aber pfff muss mit dem kollegen fahrende ziele ist natürlich immer ein bisserl knifflig es sei denn die sind sehr schwerfällig der ist so gut da in seiner kuhle verbunkert also schwierig war ja vor kurzem auch mit kaiser franz hier das lief überhaupt nicht so zerlegt sie hat ja relativ schnell gleich ihre drei panzer verloren und die haben eigentlich auch nicht großartig irgendwas gerissen so wie kein anderer von uns also nicht der rede wert ich glaube ich habe das sogar noch über als replay aber nutzlos scheiße ist das hier der dreckige baum hier kaum ausgesprochen schon wieder gefällt er hier kommt ich muss wenigstens noch einen kill ich bin so frustranierend yo scheiße digga verrecke also ich schieße offensichtlich ja das dachte ich mir schon jetzt klappt es ein bisschen besser denke ich ich habe einen kill es ist immer gut wenn man also für mich jedenfalls einen kill zu haben ohne am leben zu sein richtig schaden habe ich auch nicht bekommen die gleiskette ist ein bisschen kaputt ich weiß noch nicht ganz verarscht weil sie meinte warum ist meine gleiskette goldfarben ich meinte das ist irgendwie eine premium gleiskette oder irgendwas naja das war ein bisschen gemein aber wir gehen mal mit bomber rein hier ich hoffe ich habe jetzt nicht zu viele die mich dann abfangen werden einen abfang jäger okay ich hoffe ich habe gute teammitglieder die ihn abfangen oh sp2m hmmm ja offensichtlich sind die ein bisschen gescheuert und fangen die überhaupt nichts ab aber hey scheiß auf teamplay voll überbewertet in so einem irgendwo so ein schlagpanzer mit dem hier der das ist nichts okay ich muss das hier irgendwie so raus händeln jetzt muss ja was au 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 äh nur tut mir ein hintermuch mal gucken ob es irgendwie klappt irgendwas dabei raus kommt okay ich habe nur noch auf den treffer oh huhu hab ich echt noch getroffen little krass ich meine das macht damit am meisten Spaß wirklich mit dem Panzer irgendwie Kürze runterzuschießen das macht richtig Laune weil wenn sie so richtig nah fliegen und dann drückt man ab und das ganze Ding zerfetzt dann aber wir werden trotzdem gewinnen obwohl ich das Match jetzt gar nicht so prickelnd fand wenn wir das jetzt noch verlieren ich kann mir das einfach nicht vorstellen das geht gar nicht ich muss mal ein bisschen Gas geben hier mal ein bisschen vorfahren kriegt Treffer weil er sich da nicht vortraut das sieht man jetzt mal auf der Minimap wie das zugepackt ist da mit den Leuten wie schießt denn hier oh das muss was werden komm, komm, pless, pless wow okay ich wollte jetzt eigentlich um ihn rumfahren und das ist schon der nächste jetzt aber aber die Geschichte ist hier sowieso gleich vorbei komm man boah klappt wenn ich Glück habe, war das der letzte Kill und ich komme hier wirklich oh ich glaube die Artillerie reißt auch nichts mehr weg hier ja das wird's gewesen sein das ist noch einer, komm schnell einen noch, einen noch ja das wird wohl nichts mehr kommen komm, landau man oh das gibt's auch nicht echt jetzt oh man so ein Scheiß naja trotz allem danke fürs Zuschauen hinterlassen Abo und haut rein bis demnächst ciao ciao ciao